Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu CSGO. Es gibt ein ganz neues Update, davon habe ich eben erfahren, von Phönix Drachen. Danke nochmal an dich. Und zwar wurden zuallererst die Ranks verändert, also das Aussehen der Ranks. Das ist jetzt nicht so ultra besonders, aber was wichtig ist, ist folgendes. Sie haben hier eine Methode fürs Matchmaking hinzugefügt, also entwickelt und dann hinzugefügt. Und zwar ist das ein Thrust Level. Wenn man hier klickt, sieht man folgendes, und zwar den Thrust Faktor. Der wurde entwickelt, damit Spieler, die zusammen eine gute Erfahrung haben möchten beim Spiel, eben auch zusammen spielen können und also daraus schließend auch die ganzen Pisser, die man nicht im Spiel haben möchte, wie Skillfaker, also Smurfer oder eben Cheater, dass die nicht mit dabei sind im Spiel. Hier am Anfang schreiben sie, dass sie ja letztes Jahr oder vor ungefähr einem Jahr eben Prime Matchmaking hinzugefügt haben und das dann auch erweitert haben mit diesem Rank 21, den man haben muss, um überhaupt diese Geschichte durchzuführen. Hierfür musste man ja einfach seine Handynummer oder eine Handynummer mit dem Steam-Account verbinden. Das war schon alles nicht schlecht, aber natürlich nicht optimal. Denn wie jeder weiß, man kann sich Accounts kaufen, man kann sich Nummern kaufen und vor allem kann man auch ohne Prime ja eben Unfug treiben und die ganzen Leute nerven, die eben keinen Prime-Status haben, aber trotzdem in Ruhe spielen wollen. Und dieses neue System ist eben a matter of trust, also eine Sache des Vertrauens. Sie fangen hier direkt an und sagen, ja, was wäre, wenn wir das Prime-System ausbauen würden, damit es auf weitere, viele weitere Faktoren einen Zugriff hat und dadurch auch entscheiden kann, ob jemand überhaupt mit jemand anderem spielen sollen dürfte, könnte oder nicht. Zum Beispiel wird natürlich geschaut, wie die Leute an sich so auf Counter-Strike oder mit Counter-Strike arbeiten, wie sie spielen, was sie so treiben. Natürlich auch, wie oft sie reported werden, aber auch, und das ist jetzt hier eine wirklich gute Sache, wie oft sie zum Beispiel andere Spiele haben, etc. PP. Auch wie viele Spiele sie haben, wie alt der Steam-Account ist, was sie auf Steam sonst so für Aktivitäten haben, Gruppen, Aktivität in diesen Gruppen und so weiter und so fort, alles. Diese gesamte Steam-Sache, die bei jedem Smurfer und bei jedem Cheater nicht vorhanden sind, weil kein Cheater sich einen Account kauft mit 8000 Spielen und die dann auch noch spielt und auf Steam aktiv ist mit diesem Cheat-Account. Diese ganzen Faktoren zählen jetzt in euer Thrust-Level mit hinein. Und das ist natürlich extrem positiv. Das ist die Erklärung, warum ich so extrem viele gute Spiele habe. Mit meinem Main-Account hier, meinem Main-Steam-Account. Da habe ich fast 300 Spiele. Ich habe schon ewig viele Spielstunden bei ganz, ganz vielen Spielen abgerissen. Ich bin extrem aktiv mit diesem Steam-Account. Ich werde wahrscheinlich extrem, extrem hoch gelistet. Deswegen habe ich beim Solo-Queuen auch immer dieses Glück mit den Mates, weil ich eben auch nur mit Leuten spiele, die so sind. Also es wurde natürlich über die Vergangenheit schon getestet, ohne dass es hier announced wurde, öffentlich. Hier schreiben sie, dass es sehr positiv rüberkam, beziehungsweise rumkam, in den meisten Spielen, die mit Trust-Faktor gelaufen sind oder die über Trust-Faktor gefunden wurden. Gab es weniger Reports, selbst wenn man gar kein Prime hatte. Das heißt, dieses Thrust-Level hängt nicht zwingend mit Prime zusammen. Der Prime-Status zählt dann noch stärker mit rein. Wenn du Primed bist, das schreiben sie unten auch. Das FAQ, ich schaue mir das gleich noch mit euch an. Aber selbst ohne Prime kannst du durch diesen Thrust-Faktor sehr gut gelistet werden. Und somit kann man dann, wenn es wirklich gut ausgebaut ist und so funktioniert, wie es funktionieren soll, theoretisch auch auf Prime verzichten und trotzdem keine Cheater und keine Skillfaker haben in den Spielen. Weil diese Leute höchstwahrscheinlich nicht dieses Level haben an Trust, das man braucht, um mit euch zu spielen. Ihr habt einfach ein höheres Trust-Level, also ein höheres Vertrauens-Level. Weil ihr echte Leute seid, die mit echten Accounts spielen, mit euren Accounts, wo wahrscheinlich auch ein paar andere Spiele sind und so weiter und so fort. Ab heute wird dieser Trust-Faktor eingeführt, also offiziell, und liegt sogar höher im System als der Prime-Status. Man kann aber trotzdem, wenn man möchte, nach dem alten System Manchmaking betreiben. Aber natürlich kann man zu jedem empfehlen, das neue System zu nutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf Play geht und dann Find a Game und auf Competitive klickt, dann seht ihr hier unten, dass man nach dem Trust-Faktor-Matchmaking spielen kann. Oder eben auch, noch wie früher, nach Prime. Natürlich ist es empfehlenswert, nach Trust zu spielen. Außer, und das ist auch gleich im FAQ nochmal rauszulesen, ihr habt halt einfach nur CSGO auf eurem Steam-Account. Ihr seht praktisch für den Trust-Faktor aus wie ein Skillfaker oder ein Cheater, weil ihr auf Steam sonst nichts macht, ihr spielt nur CSGO und so weiter und so fort. Und habt euch geprimed, um nur mit anderen Primes zu spielen. Dann solltet ihr natürlich Prime-Matchmaking auswählen, weil ihr dann sonst beim Trust mit den Schlechten zusammengewürfelt werdet. Mit denen, die auch diese schlechten Voraussetzungen haben. Aber für alle, ich sag jetzt mal wirklich normalen Steam-User, die einfach mal 20, 30, 40 Spiele haben und auch mal was anderes gespielt haben oder spielen immer mal wieder, nehmt auf jeden Fall Trust. Und kommt auf jeden Fall in die offizielle D-Dumba-Blast-Team-Gruppe. Da könnt ihr schon mal ein bisschen aktiv sein. Steam merkt, ihr macht auch was. Und schon seid ihr ultrahoch Trust gerankt. Der Link ist natürlich in der Beschreibung, ne. Ja klar, natürlich. Ich hab's die letzten paar Wochen schon ständig gespürt. Also ich muss da mit in diesem Zyklus dring gewesen sein. Ihr habt's ja in den Videos gesehen. Ich hab nur gute Mates gehabt. Ich hab nie Pisser gehabt. Ich hab auch keine Cheater in den Gegner-Teams gehabt. Ihr wisst ja, dass ich jemand bin, der eh scheinbar nie gegen Cheater kämpft. Und jetzt wird auch klar, warum. Jetzt kommen wir hier noch kurz zum FAQ. Die erste Frage ist zum Beispiel, und ich denke, die ist wahrscheinlich bei allen im Kopf, was sind die Faktoren für dieses Trust-Matchmaking-System? Diese Liste wird natürlich eher geheim gehalten, damit sich nicht jemand anpassen kann, ne. Damit nicht irgendwelche Botter dann anfangen können, ja, ich muss nur viele Spiele spielen, oder ich muss nur dies, ich muss nur das. Erstens, damit man sich dann nicht einfach durchschlängeln kann durch das System, und vor allem, dass man sich auch keine Gedanken machen muss. Sie schreiben hier selbst, sie wollen nicht, dass man, wenn man jetzt CSGO spielt oder andere Spiele auf Steam, dass man sich dann großartig Gedanken machen soll über seine Aktionen, die man eben macht. Man soll einfach vor sich hinspielen, und ein ganz normaler, und natürlich rechtschaffender User sein, und nicht cheaten und so, das ist selbstverständlich. Und vor allem wird dieses System auch ständig aktualisiert, und dann wäre diese Liste immer outdated. Und was ich auch nicht schlecht finde, hier kann man sich den Trust-Faktor anschauen, nein, kann man nicht. Man soll sich da keine großen Gedanken drüber machen, man spürt einfach, wie die Experience immer besser wird, also ich kann davon auf jeden Fall berichten. Das ist endlich die Erklärung dafür, warum ich ständig diese guten Spiele habe. Es wäre zwar auf der einen Seite schon irgendwie cool, auch zu sehen, oh, mein Trust-Faktor ist sehr hoch, guck mal, mein Level, wow. Aber natürlich gäbe es dann auch wieder genau das Gegenteil. Die ganzen negativen Leute, die man dadurch rauskicken will, können sehen, auf was für einem Level sie sind, und können auch sehen, wie sie das beeinflussen können. Und schon findet wieder jemand ein Schlupfloch, das wahrscheinlich trotzdem irgendwann gefunden wird. Also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass es das Allheilmittel für alles ist. Aber es ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Endlich. Mal nicht nur Skins, sondern hier. Mal was gemacht, na? Und scheinbar ja schon seit sehr langer Zeit, sowas muss ja auch getestet werden. Und hier steht jetzt trotzdem nochmal explizit, was kann ich tun, um meinen Trust-Faktor zu erhöhen? Und es ist recht einfach gehalten, man soll ein positives Mitglied der CSGO- und Steam-Community sein. So wie ich es auch immer mit unserer Community habe. Wie kann man Skins gewinnen? Einfach ein positives Mitglied der Community sein. Hier schreiben sie auch nochmal, je mehr man spielt, desto besser kann das System, oder desto mehr Informationen kann das System, über dich herausfinden, und dich dann besser einranken, mit Leuten, die eben genauso gut sind, wie du selbst. Positive Aktivität in CSGO und auf Steam selbst, ist natürlich dann, ja, der Schlüssel, um ein gutes Level zu bekommen. Hier wird natürlich auch noch gefragt, ob der Prime-Status, den man schon hat, oder auch nicht hat, den Trust-Faktor beeinflusst. Und ja, es beeinflusst ihn, auf jeden Fall, wenn du Prime schon hast. Und wenn man es noch nicht hat, dann sollte man sich so oder so holen. Prime war ja eh immer die Mindestvoraussetzung, ja wisst ihr, jeder sagte, was, ohne Prime kannst du nicht spielen, kannst du vergessen. Wenn man jetzt ein ganz neuer Spieler in CSGO ist, muss man sich auch keine großartigen Gedanken machen. Sie wiederholen hier nochmal, wenn man auf Steam, also in der Steam-Community, einfach ein positives Mitglied ist, dann wird man auch mit einem höheren Trust-Faktor ausgestattet, in CSGO selbst. Oder man betritt CSGO dann mit einem höheren Trust-Faktor. Und wenn man dann in CSGO eben auch gemütlich vor sich hinspielt und positiv ist, wird es umso besser. Ich bin mir auch sicher, dass es natürlich auch mit reinzählt, wie oft man jemanden kickt zum Beispiel. Oder wie oft man surrendert, wie oft man leaft natürlich. Und so weiter und so fort. Also, Wallian und ich haben da schon oft drüber gesprochen. Ich habe auch schon mit vielen von euch drüber gesprochen. Wir haben es uns immer gewünscht, dass sowas endlich mit reinfließt. Wenn jemand negativ ist und so rumpimmelt und andauernd Leute kickt und sowas. Boom, weg. Wenn jemand einfach lieft und so weiter. Nicht nur eine Strafe, dass man mal 30 Minuten nicht spielen kann, sondern dass derjenige wirklich fällt und dann nur noch mit anderen Liefenden zusammenspielen kann. Und nicht mehr mit den Leuten, die gescheit spielen wollen. Komma, was wolle. Das ist einfach nice. Das freut mich ultra. Wie kann man wissen, dass es jetzt besser ist als davor? Natürlich wissen das nur die Entwickler selbst. Also einfach wie, sie schreiben jetzt hier zum Beispiel, wie die Leute miteinander agieren. Zum Beispiel haben sie eben bei Prime gesehen, dass es bei Prime Matchmaking weniger Reports gibt. Und das ist ein guter Weg, um das zu messen natürlich an der Stelle. Hier schreiben sie jetzt nochmal, dass man eine E-Mail an dieser Adresse schreiben kann, wenn man glaubt, dass man ein niedriges Trust Level hat. Na gut. Und nochmal das gleiche hier für den Freund. I suspect that my friend has a low trust factor because of the quality of my matches win and only when I party up with them. What can I do about this? Tell them to email. Okay. Das ist halt dann bitter, wenn du selbst ein hohes Trust Level hast und mit Leuten spielst, die kein hohes Trust Level haben, weil sie eben inaktiv sind und nur CSGO spielen und vielleicht auch Kacke spielen, weil sie viel reporten, weil sie viel disconnecten, Rage quitten halt und so weiter und so fort. Da muss man bei den Freunden halt eben auch mal ein bisschen aus... 7. Na also ich denke, insgesamt ist es wirklich eine richtig, richtig geile Änderung und es erklärt, ich erwähne es hier zum vierten Mal, glaube ich, warum ich ständig so gut gematchmakend werde. Mein Steam-Account ist halt einfach sehr aktiv. Gut, in letzter Zeit war ich nicht extrem aktiv, aber trotzdem irgendwie schon. Vor allem ist er auch schon uralt. Das würde mich als Entwickler schon direkt ansprechen, wenn jemand jetzt einen Account hat, der zehn Jahre alt ist, würde ich sagen, gut, der wird nicht cheaten. Ja, das wird ein cooler Kerl sein. Wahrscheinlich auch hübsch. Es gab noch ein paar weitere Änderungen, aber ich glaube, das sage ich lieber in einem extra Video, sonst wird es hier zu lange. Ja, naja, das mache ich lieber dann nochmal in was extra-nem, wie Kinder sagen würden. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über diese ultra-geilen Neuigkeiten. Für nichts daran, aber vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. So konnte ich jetzt auch vielleicht endlich mal etwas früher solche Informationen raushauen hier ins Internet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bedanke mich auch bei Volvo Game für das alles hier. Finde ich sehr schön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.